Ohne und Moinsen zu einem weiteren längeren Video in einem Format, sag ich mal, das ich glaube ich seit der 2. Digga-Saison 19-20 mache. Ich glaube, das war das erste Mal, wo ich wirklich einfach für mich nochmal, natürlich mit euch, die Zuhörerinnen, die natürlich auch sehr gerne in die Kommentare schreiben können, was ihr so meint, jedes Spiel nochmal durchgehe, natürlich jetzt nicht im Volldurchlauf, aber halt auf die Statistiken so ein bisschen schaue von jedem Spiel und mir dann darüber Gedanken mache, gebe ich uns irgendwo mehr Punkte, also hätten wir mehr Punkte verdient gehabt, hätten wir irgendwo weniger Punkte verdient gehabt, als wir bekommen haben und, das ist jetzt was Neues, was ich dazu schreibe, oder mir quasi Stichpunkte dazu schreibe, Top-Spiele und Flop-Spiele, bisher waren es nur die Punkte immer, wenn man am Ende eben ausgerechnet, auf wie viele Punkte ich kommen würde mit der Tabelle, also quasi, wie viele Punkte ich oben drauf oder vielleicht sogar insgesamt abziehen würde von der Punktzeit, die wir bekommen haben und jetzt eben dazu noch Top- und Flop-Spiele ganz von Anfang an, das habe ich ja im VfB-News-Format auch schon gesagt, wir stehen laut understat.com in der Expected Points-Tabelle auf Platz 8 ist es, glaube ich, aber wichtiger natürlich, wie viele Punkte, 47,31 auf das kommen die da, understat.com, mal gucken, wie viele wir kommen, wir haben ja abgeschlossen mit 33 Punkten, natürlich auch ganz klar, die VfB-Pokale ist nicht mehr drin und auch Relegation nicht, ich glaube, Relegation gibt es eh in beiden Spielen nicht die Frage nach, ob wir hier irgendwie verdient oder unverdient da gewonnen hätten, also die beiden Spiele waren recht klar für uns, gehen wir los mit dem Spiel Stuttgart gegen Leipzig, erster Spieltag 1 zu 1 mit einer Top-Leistung von Florian Müller im Tor, muss man hier auch mal ansprechen, 1,5 bekommen vom Kicker, lese hier 5 zu 7 Chancenverhältnis und auf der Bundesliga-Seite haben wir trotzdem 1,04 zu 2,08 Expected Points für RB Leipzig, also auf die Dinge werde ich vor allem schauen, vielleicht nicht immer aus Spiele des Spiels, aber vielleicht Spiele des Spiels, aber vor allem eben das Chancenverhältnis, was er Kicker nennt und die Expected Goals, die der, also Points gesagt, glaube ich, aber Expected Goals natürlich, die die Bundesliga offiziell nennt, bundesliga.com, jetzt hier die Frage, gebe ich uns da schon minus einen Punkt, weil wir haben einen Punkt geholt und bleibt sicher eigentlich ein Expected Goal besser, muss aber sagen, das ist ja auch meine eigene Meinung, das wird nicht nur nach Expected Goals oder zu erwartbaren Toren gehen und dann nach Leistungen gehen, wie es der Kicker und sowas beschreibt, sondern einfach auch nach meinem Gefühl und im Stadion muss ich sagen, ja, Müller hat ein paar Dinge gut gehalten, klar, aber so ganz falsch hat es sich nicht angefühlt, also bleibe ich hier ganz normal und trage hier nichts auf meinem Papier ein. Bremen, Stuttgart, das war direkt das erste harte Spiel, das war vielleicht auch die Saison, man weiß es nicht, man kann es nur munkeln, aber vielleicht die Saison quasi komplett verändert hätte, weil das wäre der erste Sieg gewesen am zweiten Spiel, auch nicht irgendwann am zehnten, nur mal später dazukommen unter Materazzo, bevor dann irgendwann die Entlassung auch kam, also wenn Sie gar nicht tief in Saisonanalyse reingehen, vielleicht nochmal in einem anderen Video, aber so ein bisschen nebenher natürlich, könnte auch dazuzunen spielen, ja, wann war das hier, 90 plus 5, Berg, bin schon gar nicht mehr bei Bremen, Chancenverhältnis 5 zu 6 für uns, Expected Goals sagen 0,87 für Bremen zu 1,64 für uns, kann man uns das natürlich problemlos zwei Punkte mehr geben, wenn wir hier sagen, jo, viel bessere Expected Goals und Last Minute Tor kassiert, aber fairerweise, wenn wir jetzt mal Leipzig mit reinnehmen und Bremen mit reinnehmen, ich glaube, das löscht sich so ein bisschen aus auf 0 Punkte, also ich lasse hier auch die Liste bei 0 Punkten Unterschied, zu Hause dritter Spieltag 1 zu 0 verloren gegen den Sportklub Freiburg, 3 zu 2 Chancenverhältnis für uns, also nicht viel passiert, laut Expected Goals 1,2, 6 zu 1,3,1, also das war eigentlich ein Unentschieden, das war ein Unentschieden, ich weiß gar nicht mehr, das Spiel habe ich gar nicht mehr so groß im Kopf, das ist ja wieder eine Weile her, ist ja auch klar, gegen Freiburg hast du immer das Gefühl, dass da mehr drin ist eigentlich, Freiburg gewinnt halt immer irgendwie mit einem Tor Abstand, mal ist ein 3-2, mal ein 2-1, mal ein 1-0, so ein typisches Freiburg-Ding gegen uns, das ist einfach eklig zu zocken da und du wirst nie wirklich groß belohnt, hab's aber gerade irgendwie ehrlich auch nicht so im Gefühl, dass ich das abgespeichert hätte, dass wir da irgendwie auch groß mehr verdient hätten, also ich glaube auch hier war der bei 0-Punkten-Unterschied, Köln, Stuttgart, das wird das erste sein, wo ich uns auf jeden Fall mehr Punkte gebe, aber erstmal das Spiel, haben wir tatsächlich mal der Rat zu Gelb-Rot, wir haben auch die rote Karte von Pfeiffer am Start, Schwäbe hat die 1,0 bekommen vom Kicker, wir haben ein Chancenverhältnis von 3 zu 8 für uns, also wir waren ein Auswärtsspiel, 1,37 x Goals für uns und 0,28 für Köln, ich war ja auch vor Ort auswärts in Köln, das war das erste richtig, richtig, richtig frustrierende Spiel, muss ich sagen, weil, ja, also das hättest du gewinnen müssen, deswegen, also hier trage ich auf jeden Fall plus 2 Punkte ein, auf meinem netten Papier hier, dann haben wir Stuttgart gegen Schalke, ich muss immer gerade so ein bisschen im Kopf behalten, wenn ich auf dem Papier gucke, dass ich auch an Top und Flop denke, weil ich es gar nicht so richtig im Kopf habe, oder gar nicht so richtig, ne, deswegen mein Gedanken habe, dass ich da dran denken sollte, 1,1 gegen Schalke zu Hause, wir lesen hier 2 zu 7 Chancen, für Schalke tatsächlich, 0,85 zu 1,81 Expected Points, das hätte Schalke echt gewinnen müssen, nach den Statistiken, ich hatte es auf jeden Fall als Enttäuschung im Kopf, das wird mein erstes Flop-Spiel, sag mal ein, 1,1 gegen Schalke, das wird mein erstes Flop-Spiel, das ist so, weil, das Spiel ist zu Hause, hast noch nicht gewonnen, jetzt sind wir an Spieltag, haben wir das, was war, Spieltag 5, da war irgendwie klar, da muss jetzt was gehen in diesem Spiel, dass diese überzogene, gelb-rote Karte von Wagner mal mit dem Spiel dabei, auf jeden Fall war klar, das Spiel war nicht gut, wir hätten da gewinnen sollen, aber ich hatte es auch nicht mehr so im Kopf, dass da irgendwie ein Schalke so berannt hätte, in Sachen Chancen oder so verdient gewonnen hätte dort, also ich glaube, das Unschieden war schon in Ordnung, nur, ja, war es halt aus unserer Sicht extrem enttäuschend, deswegen Flop-Spiel, aber in der Punkteanzahl ändere ich mal nix, und dann kam ein überraschendes Spiel, dann kam ein überraschendes Spiel, 2-2 auswärts in München, Siruki Rassi 1,5, wir haben die absolute lachhafte Entscheidung, das Tor zurückzunehmen, mit dem Zupfer an Kimmich, 4,5 bekommen der gute Dingert, klar, 8 zu 4 Chancenverhältnis für die Bayern, wir haben 1,96 zu 1,44 Expected Goals, also da doch auch nicht gar nicht so der große Unterschied, das geht, das geht auch auf jeden Fall als erstes Spiel, hier 2-2 FCB, das geht als mein erstes Top-Spiel mit rein, war natürlich auch mit dabei, ändert auch nochmal ein bisschen was natürlich, wie gesagt, das ist mein Empfinden, bei euch gerne in die Kommentare schreiben, und da ändere ich auch nichts dran, das 2-2 in München war verdient, allein mit dieser lächerlichen Torrücknahmeszene, ist das absolut verdient gewesen, dann sind wir bei Stuttgart Frankfurt, siebter Spieltag 1-3 verloren, eine 4-bekommende Spiel, auch völlig zu Recht, war ein Kackspiel, 6 zu 5 Chancenverhältnis für uns, wir stehen hier aber auf 1,2 zu 1,51 Ex-Goals, gar nicht so der große Unterschied tatsächlich, in den Statistiken, muss aber sagen, in dem Spiel sah es irgendwie nie groß danach aus, als könnten wir hier einen Punkt mitnehmen, oder irgendwie mehr mitnehmen, da hast du auch gedacht, ey, Schalke war scheiße, das Spiel geil in München, 2-2, und jetzt nochmal gegen Frankfurt zu Hause gewinnt, die da glaube ich auch zu dem Zeitpunkt nicht so stabil waren, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, danach war Länderspielpause, und dann verlierst du da 1 zu 3, also da war ich so enttäuscht von, nicht ganz Flop-Spiel glaube ich, das ist glaube ich auch ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall enttäuscht davon, dass ich hier auch in den Punkten nichts ändere, dann haben wir Wolfsburg, nächstes Last-Minute-Ding, 3 zu 2 Sieg, ja, Gerhard in der 91. Minute, wir lesen 8 zu 6 Chancen für Wolfsburg, wir lesen 2,98 Expected Goals zu 2,23 Expected Goals für Wolfsburg, also genau das Ergebnis, das es auch hergibt, war natürlich unglücklich, hättest du einen Punkt mitnehmen können, aber auch da gibt es dann irgendwie keinen Anlass, da an der Punktzahl was zu ändern für mich, das nächste auf Niveau von Freiburg, ist immer gegen Union Berlin zu spielen, was so, ich sag mal, Expected Points und so Geschichten angeht, kann ich mal kurz rücklichen in die Tabelle auch, ohne dass da jetzt einen ewigen Exkurs draus machen, sondern aber Freiburg überperformt, um 12 Punkte, Union Berlin überperformt, um fast 20 Punkte, und wir, wie gesagt, laute Expected Points, da werden wir mal gucken, wie viel wir nachher rauskommen, unterperformt, um 14 Punkte, kommen wir zurück zu dem Union-Spiel, 6 zu 4 Chancen für uns, 0,82 zu 0,79 Expected Goals, wir hatten auch so eine Riesenchance gegen Ende, glaube ich, also es wäre auch ein Spiel, wo ich fast in die Richtung gehen würde, zu sagen, dass wir da einen Punkt verdient gehabt hätten, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das, ich trage mal einen Punkt mehr in Klammern ein, falls noch irgendwas kommt, quasi wo man sich auch theoretischen Punkte da abziehen können, oder auch da fraglich ist, dann ziehe ich den Punkt da wieder ab, Stuttgart gegen Bochum, erster Sieg, zehnter Spieltag, unter Wimmer dann, wir haben hier 6 zu 4 Chancen für uns, Expected Goals, 2,5 zu 2,14, also tatsächlich nicht so eindeutig, wie es war mit dem 4-1 am Ende, aber wenn du 4-1 gewinnst, kannst du auch keine Punkte abziehen, hatte ich auch sowieso nicht vor, aber irgendwie bei so Ergebnissen, bei so klaren Sachen, kannst du fast nichts abziehen, deswegen lassen wir es hier auch so, wie es ist, das ist auch so ein Spiel, wo du auf jeden Fall, nichts ändern brauchst, weil 5-0 in Dortmund auf die Fresse bekommen, 8 zu 3 Chancen für Dortmund, 2,97 zu 0,82 Expected Points, also immer der Verwechslung gerade, Expected Goals, nicht Expected Points natürlich, wo man auch da sagen muss, glaube ich, dass das 5-0 schon ein bisschen happig war, von der Höhe des Ergebnisses, aber ging schon in Ordnung, dann auch da endlich mal ein Last Minute-Tor, das uns was gebracht hat, Waldemar Anton nach Hackenvorlage, komplette Eskalation in der Kurve, 2 zu 1 gegen Augsburg, hochverdient, hochverdient, Last Minute oft so die Frage, vielleicht hat irgendwer noch ein Unschiedenspiel gewonnen, nein, 11 zu 4 Chancen, 3,27 zu 1,13 zu erwartbare Tore, da wird nichts geändert, hochverdient, 3-1 in Gladbach, 5 zu 3 Chancenverhältnis für Gladbach, tatsächlich haben wir mehr Expected Goals, das ist krass, 1,22 zu 1,41, was auch hier sehen, glaube ich, das war Benzabaini, der, glaube ich, Anton einen mitgegeben hat, wo man auch durchaus mal hätte, rot geben können nach VAR, aber wir kennen VAR, haben wir nicht bekommen, bin tatsächlich leicht, wir waren da, glaube ich, nicht kacke, wir hatten auch, glaube ich, eine Riesenchance noch aufs 2-2 irgendwann, aber ich hatte es nicht so in Erinnerung, als hätten wir uns da groß was verdient gehabt am Ende des Tages, deswegen, das schwere ich so, wie gesagt, viel persönliche Meinung und Gefühl, nimmt man mit, ist okay, was heißt, ist okay, also ist okay, dass wir verloren haben, nimmt man mit, also keine Punkte Unterschied, auch wenn hier die Expected Goals tatsächlich gar nicht so schlecht waren, gegen die Hertha zu Hause, 98. Minute, letztes Heimspiel vor der WM, vorletzter Spieltag, vor der WM, vor der langen Pause, Mafopanos, 98. Wir haben 7 zu 5, Chancenverhältnis, und wir haben hier 1,49 zu 2,17 Expected Goals, also 2,17 für die Hertha, und das ist ein Spiel auch, wo ich uns nicht alle 3 Punkte wegnehme, also Hertha hat auch nicht gewinnen müssen, aber ich nehme uns tatsächlich 2 Punkte weg, muss ich so ehrlich sein, weil, klar, das war ein geiler Moment, ein geiler Moment, ich muss auch übrigens bei Top natürlich noch Augsburg mit dazu schreiben, ähm, genau, und ich schreibe natürlich auch Hertha mit rein, wie gesagt, das geht hier nicht um, wie geil war das Spiel oder so, sondern das Erlebnis und so, Last-Minute-Treffer, Eskalation, immer komplett krank, deswegen muss das hier auch mit rein, ich glaube, sonst habe ich keine, äh, Flops oder, äh, Top-Spiele irgendwie, irgendwie verpasst, glaube ich, ähm, ich glaube, es war eh, mal gucken, wie es am Ende aussieht, war, ich glaube, eh gefühlt ein Fehler, weil ich das gerade überhaupt nicht im Sinn habe, da es noch mit, mit nachzutragen, aber wir können am Ende nochmal durch kompletten Spiele durchgehen, vielleicht für Flops und Tops, ähm, aber das Spiel gegen die Hertha, da nehme ich uns, wie gesagt, ähm, zwei Punkte weg, weil, das ist, das waren Unschieden im Stall, was für mich auch das Gefühl von Unschieden, hier passiert nicht mehr viel, sagt keiner danach aus, dass irgendwer noch 2-2-1 macht, dann eben diese eine Ecke, wie gesagt, wahnsinnig geiler Moment, deswegen auch ein Top-Moment, ähm, aber, vom Spielverlauf her ist das schon, wäre das schon Unschieden in Ordnung gewesen, äh, Leverkusen 2-0 verloren, äh, 6-0 Chancenverhältnis für Leverkusen, 1,67 zu 0,21 Expected Goals, brauchen wir nichts zu ändern, und dann, war ja nach der Winterpause, äh, unter Labbadia dann das erste Spiel, äh, aber eben immer noch Hinrunde, ist, ähm, hier Stuttgart gegen Mainz 0,5, 1-1 zu Hause, 8-4 Chancenverhältnis, wir haben 2,23 Expected Goals, zu 1,4, äh, Expected, äh, Goals, äh, für Mainz, ähm, wobei ich da auch sagen muss, wobei ich da auch sagen muss, ich glaube, wagt man da auch eine recht dicke Chance in dem Spiel, äh, aber ich würde tatsächlich sagen, dass das Unschieden da doch schon okay war, tatsächlich, ich glaube, es war schon okay, ich hatte im Spiel nicht das Gefühl, dass wir nochmal, dass wir das Spiel noch gewinnen, von dem her, lasse ich es auch hier, äh, bei den Punkten tatsächlich, ähm, haben wir 2-2 in Hoffenheim, der nächste Trümmerbruch, 90 plus 4, das 2-2 kassiert, auch da, auch da, war es, äh, ähnlich wie bei, bei Matarazzo, generell viele statistische Parallelen zwischen Matarazzo und Labbadia in Sachen, wie sehr man underperformed hat unter den Trainern, ähm, aber das war schon hart, und wie gesagt, Parallele ist da, zweites Spiel Labbadia, zweites Spiel Matarazzo, Last-Minute-Ausgleich, Last-Minute-Ausgleich, wer weiß, was vielleicht passiert wäre, mit mehr Selbstbewusstsein, mit dem ersten Sieg, dann eben direkt im zweiten Spiel vom Trainer, ähm, sollte es so nicht sein, 4-4 Chancenverhältnis, ähm, sagt tatsächlich 2,14 Expected Goals für Hoffenheim, und 0,88 Expected Goals für uns, hier streiche ich jetzt, jetzt mache ich was, ne, ich streiche mein, meine, meinen einen Punkt mehr, äh, in Klammern, und füge einen Punkt hinzu, ähm, das heißt quasi, ich, ich gebe dem Spieler nicht 2 mehr, weil wie gesagt, ich war da vor Ort, ich gebe das, ich gebe dem Ding auch einen Top, weil die Stimmung war einfach unfassbar in Hoffenheim, wahrscheinlich wird man hier viel mehr Top haben als Flop, obwohl es so eine Saison war, aber so ist es halt vom Gefühl her, ähm, die, die Flops hat man weniger als richtig im Kopf, und, äh, ja, ich gebe uns eben 1 Punkt mehr quasi, nehme den anderen Punkt noch weg, weil volle 2 Punkte mehr, also quasi den kompletten Sieg mehr, ist auch nicht ganz fair, äh, aber du kassierst in der 90. den scheiß Ausgleich da, es war eine unfassbare Stimmung, irgendwie 7, 8.000 auf den Dienstagabend in Hoffenheim, 1 Punkt mehr rechne ich uns hier oben drauf, äh, kann man jetzt eine Unpopular Opinion nennen, äh, aber ich habe es jetzt hier einfach mal ganz frech gemacht, äh, offiziell Rückrunde, machen wir weiter, RB Leipzig, 2 zu 1 auswärts verloren, wieder so ein Thema mit einem Müllerfehler, ähm, sehr viel, ja, Probleme mit dem Kader gehabt da, irgendwie Aufstellung mit einem Castanaras, und so Geschichten drin, Perea kam zur Halbzeit und sowas, wirklich ein wilder Kader, ein Kuhol, ein fucking Kuhol, kam in der, also nix gegen Kuhol, ne, aber vom, vom Ding her, ein Kuhol, Alu Kuhol, kam in der 86. Reihen für Luca Pfeiffer, der wahrscheinlich einen Stamm gespielt hat, ganz wilde Nummer, 7 zu 4 Chancen für, äh, Red Bull, aber, aber, Expected Goals, sagt 1,14 für Leipzig, zu 1,86 für uns, 1,86 für uns, und das ist echt ein Spiel, wo es mir auch schwerfällt, weil ich uns da fast gerne einen Punkt mehr geben würde, weil wir uns da echt richtig stark geschlagen haben, in Leipzig, ähm, für das eben, was da auch für ein Kader auf dem Platz stand, ohne jetzt irgendwie die Jungs schlecht reden zu wollen, aber das war wirklich halt nicht, nicht das, was wir als, irgendwie als Startelf, oder Stammelf sehen würden, das war gefühlt ein B- oder ein C-Kader, ähm, ähm, und deswegen, ganz ehrlich, ich bin einfach so frei, ich gebe uns den Punkt da mehr, wir hätten uns einen Punkt verdient gehabt, mit der engagierten Leistung in Leipzig, dann ein Spiel, wo ich auch absolut, wirklich überhaupt nichts zu ändern habe, und das sofort, aber sofort, auf die Flop-Liste kommt, ist jetzt das 0 zu 2, gegen Bremen, das ist wieder so ein Ding, wie gesagt, Kaderprobleme gehabt in Leipzig, trotzdem geiles Spiel gemacht eigentlich, einen Punkt hätte ich sehr verdient gehabt, vielleicht mit ein bisschen mehr Glück, und dann zu Hause Bremen, klar, Bremen generell, so wie die Saison gespielt, bis eben auf die Rückrunde, dann irgendwann aber drin geblieben, das mache ich mit so die Saison, als Aufsteiger, da denkst du dir trotzdem, ey, zu Hause Bremen musst du schon, ey, zu Hause Bremen wäre schon ganz nett, denkst du dir dann schon, und dann ging da halt gar nichts, nichts, mein Kicker jetzt 7 zu 5, Chancenverhältnis listet da, er listet auch trotzdem 1,31 zu 0,47 Expected Goals, gut, ich glaube, die Bremenhütten waren halt auch ziemliche Traumtore, ähm, von Duxon Stage, Stage, perfekt, ah, geil, ich wusste genau, was man in die Stage ausspricht, da haben wir es trotzdem über Lippen bekommen, ich glaube, Starge, oder Stay oder so spricht man aus, wie auch immer, nicht unser Verein, auch egal, ähm, ähm, ja, auch wenn die Statistik sogar sagt, dass vielleicht ein Punkt drin gewesen wäre, nee, ich ändere hier gar nichts an der Punktzahl, das Spiel war einfach nur, das war mir wirklich richtig schlechte Erinnerung, nächstes Spiel, was richtig mies war, also nicht von uns, aber generell das Spiel war mies anzugucken, weil es halt wieder Freiburg ist, es ist halt wieder Freiburg, 2-1 in Freiburg verloren, am Ende des Tages weiß keiner warum, gucken, ob die Statistik mir recht gibt, 4 zu 5 Chancen für uns, wir haben die Zagadu-Elfmeter, äh, ich glaube, 2 VAR-Elfmeter waren es, ne, für den Freiburg-Sieg, ähm, 2,06 Expected Goals zu 1,06, wobei man halt da auch dazu sagen muss, deswegen auch hier vielleicht generell mal, äh, für das Expected Goals-System quasi, so ein bisschen hinterfragen, ich glaube, Elfmeter sind sowieso immer schon 0,75 Expected Goals, das heißt, die beiden Tore von Freiburg, weil es Elfmeter waren, sind schon bei 1,5, das spiegelt ja wahrscheinlich das Spiel auch nicht so ganz wieder, wenn du halt Elfmeter hast, dann ist das Ding, geht dein Ex-Goals-Wert halt so dermaßen nach oben, ähm, so ist dann auch am Ende, ein, äh, Freischuss, ein Lattegesetz ist ein Spiel, wo ich uns einen Punkt mehr gebe, ist mir sowas von egal, ich gebe uns da einen Punkt mehr, ähm, zu Hause gegen Köln, 3-0 Sieg, das beste Spiel unter der Badia, also vielleicht nicht sportlich oder so, vermutlich auch das, aber, ähm, wir hatten bei ihm oft, Spiele, wo wir besser dran waren, eigentlich aber nichts geholt haben, 3-0, ein 9-3 Chancenverhältnis, schreibt hier der Kicker, 1,4, 18, 0,41 Expected Goals, alles in Ordnung, enden wir aber nichts an der Punktzahl, dann kommt halt ein Spiel, was sofort auf die Flop-Liste landet, 2-1 verloren, bei Schalke 04, dann haben wir beide Spiele, gegen den Aufsteiger und späteren Absteiger, Schalke 04 auf der Liste als Flop, was du auch als absolutes Problem ansehen kannst, diese Saison, weil so Spiele sollst du zumindest halt mal eins gewinnen von, zumindest das Heimspiel, hast du nicht getan, ähm, 2-1 verloren, wir haben hier 6-7 Chancenverhältnis für uns, 1,26 zu 0,95 Expected Goals, also auch das ziemlich ausgeglichen, äh, wenn man jetzt da auf das Spiel auch mal ganz nüchtern schaut, weil viele haben natürlich gesagt, ey, auf Schalke musst du gewinnen, oder zumindest nicht verlieren, dann verlierst du da, war die Stimmung komplett am Tiefpunkt, auch generell die Stimmung in Richtung Labbadia und so, und Labbadia-Anstellung, und was ist jetzt jetzt hier und sowas, äh, also ich glaube, wenn du rein, sag mal, ganz neutral drauf guckst, hätte es vielleicht auch einen Punkt mitnehmen können, durch die Druckphase am Ende, aber ich ändere hier nichts, ich gebe uns keinen Punkt mehr und nichts, deswegen, das bleibt so bei dem 2-1, was einfach enttäuschend war, und eben auch ein Flop-Spiel ist, ähm, 1-2 gegen die Bayern, ein Spiel, wo du dort vorrein gegangen bist, und gesagt hast, ey, ja, schlagen wir uns halt wacker, ne, aber mehr ist auch nicht passiert, Kicker nennt sogar 6-5-Chancen-Verhältnis für uns, aber die Expected Goals sind halt deutlich bei den Bayern, 0,64 für uns und 1,9 für die Bayern, das Ergebnis geht genau so in Ordnung, ich meine, ich hatte ein bisschen Hoffnung, vielleicht noch auf den Unentschieden, ich glaube, Koulibaly-Chance am Ende, das Perea-Tor zum 1-2, also Stimmung war nochmal drin, war nochmal hitzig, aber typisches Spiel gegen Bayern halt, wo du sagst, ey, gut geschlagen, ähm, aber halt keine Punkte, und von mir kriegt es auch keine Extra-Punkte, äh, das Spiel in Frankfurt, 1-1, da habe ich auf jeden Fall eine richtig starke Abwelleistung noch im Kopf, auch von Mafropanus hier, der Spieler des Spiels wurde beim Kicker, 1-2-Chancen-Verhältnis für uns, äh, 0,78 Expected Goals für Frankfurt, 0,71 für uns, geht genau so in Ordnung, wir gehen weiter, 1-1 passt, dann das nächste Spiel, was aber sowas von ASAP, ASAP sowas von auf die Flop-Liste landet, ich habe vorhin auch gesagt, viele Flop-Spiele sind nicht dabei, aber jetzt gerade kommt es, wir sollten mal gucken, ob ich am Ende nochmal drauf schaue, und dann mal was ändere in der Flop-Liste, aber das 0-1 gegen Wolfsburg leckt mich am Arsch, leckt mich am Arsch, das ist auch so ein Spiel, wo du sagst, ey, Wolfsburg zu Hause liegt uns doch meistens eigentlich ganz gut, äh, das ist auch so ein Spiel, das musst du eigentlich mal gewinnen dann so langsam, ne, die Heimstärke ist so ein bisschen ausspielen, 0-1 verloren, 1-2 Chancenverhältnis, man muss macht die Hütte, 0,69 für Wolfsburg, 0,41 für uns, auch über das recht ausgeglichen, auch Chancen ausgeglichen, aber auch da belasse ich es dabei, ich belasse es dabei, ähm, wir haben es verdient, das Spiel verloren zu haben, jetzt könnte ein schwieriges Spiel kommen tatsächlich, äh, bin gespannt, was die Statistiken so sagen, Union Berlin, 3-0 VfB, wir sind wieder in dem Bereich, wir sind, wir sind wieder in der Kategorie, Union Berlin, und SC Freiburg, das ist so eine eigene Kategorie an Bundesliga-Spielen, muss man einfach so sagen, auch Saison für Saison, mittlerweile, ähm, 3-0 verloren, der Kicker nennt hier 3, äh, perfekt, ich bin da 3 angeblieben, nennt hier 6 zu 6 Chancenverhältnis, ein Bundesliga sagt 1,99 Expected Goals für Union und 1,02 für uns, weil das ist ein Spiel, ich glaube, er hat dann auch in Führung gegangen, durch, durch ein Tor, was am Ende dann, glaube ich, berechtigt, zurückgenommen wurde, von Perea war es, glaube ich, auch da haben wir ein bisschen wilde Aufstellungen gehabt, da kam Guirassi endlich zurück, gegen Bremen, auswechselt worden, nach 20 Minuten, da kam er zur Schlussphase rein, auch direkt schon Chancen gehabt, ähm, Union ist halt eiskalt, also es ist ein Spiel, das habe ich im Kopf, wo du sagst, ja, ist halt Union, ja, da verlierst du halt, und ja, war vielleicht auch ein bisschen zu wenig in der zweiten Halbzeit, aber 3-0 war halt auf jeden Fall mal zwei Tore zu hoch, von mir aus gewinnen die das 1-0, aber 3-0 war zu hoch, trotzdem, wie ich vorhin schon angesprochen habe, bei einem 3-0, auch wenn es mir hier fast ein bisschen schwerfällt, aber bei einem 3-0, kannst du am Ende nicht sagen, oder nicht in die Richtung gehen, von wegen, ey, ich gebe uns da einen Punkt mehr, weil da wäre ein Punkt verdient gewesen, und hast am Ende immer noch 3-0 verloren, deswegen lasse ich es hier von der Punktzahl auch so, aber das war ein sehr, sehr stressiges Spiel, dann hat übernommen, äh, Sebastian Hoeneß, VfL Bochum, 2-3, gegen den VfB Stuttgart, da bin ich mal gespannt, weil ich glaube, es war ein recht enges Spiel, aber am Ende glaube ich, schon ein verdienter Sieg, 4-5 Chancen für uns, laut dem Kicker, ähm, 2,62 Expected Goals, zu 2,4 Expected Goals, für uns, also zuerst uns genannt, und damit geht es glaube ich in Ordnung, also wir brauchen uns hier glaube ich keinen Punkt abziehen, das ging schon in Ordnung, auch kämpferisch ging das in Ordnung, hier, äh, Unschieden zu spielen, äh, Unschieden perfekt, zu gewinnen, und eben nicht Unschieden zu spielen, war gar nicht sicher, kurz eine Folie zurück hier quasi, ähm, ja guck mal, also, hat es auch irgendwie im Kopf, das 1-1 durch Stöger war ein Elfmeter, also auch da wieder, die Expected Goals Statistik, extrem nach oben gepusht, das passt alles so, hier bin ich nochmal gespannt, wie es da statistisch aussah, aber das 3-3 gegen Dortmund, ähm, stimmt, wo ich gerade wieder bei Flop spielen bin, lasse ich da, mache ich da Union oder sowas noch mit drauf, ne, glaube ich nicht tatsächlich, ähm, Bochum, war schon geil, Topspiel glaube ich nicht, weil es eben auch von, im Stream quasi verfolgt wurde von mir, ich packe es mal in so eine Klammer, äh, das 2-3 in Bochum, absolut, absolutes Topspiel kommt ja jetzt, ähm, das 3-3 gegen Dortmund, also ich glaube, jeder, wer da im Stadion, jeder, der da im Stadion war, heilige Mutter Maria, das war, das war krass, das war krass, war es erstmal, von der Stimmung her, dass wir da in Richtung von dem Köln-Spiel gingen, wie gesagt, wie immer, wenn es um Stadion geht, wird immer das Köln-Spiel kommen, und da ist immer ganz klar, der Moment, wo das Tor von Legendo reinfliegt, ist quasi unnachahmlich, ne, also um den Moment geht es nicht, der ist nicht zu toppen, aber ich meine, die Stimmung ist so generell, wir haben 90 Minuten gesehen, und da war Dortmund schon sehr nah dran, eben auch die Aufruhrjagd, mit einer gelb-roten Karte, Aufruhrjagd 2-2, dann noch 3-2 in der 92., und dann 3-3 von uns, noch in der 97. Silas, unfassbar, Spielnote 1 bekommen vom Kicker, this is why we love football, alles, wir haben hier 7 zu 8 Chancen, für den BVB, und 1,36 Expected Goals für uns, 1,68 für den BVB, aber da nehme ich uns keine Punkte weg, das haben wir uns komplett erkämpft, und komplett verdient, danach 1 zu 1 in Augsburg gespielt, wir haben hier 1 zu 3 Chancenverhältnis, für uns laut dem Kicker, haben 0,72 für Augsburg, und 1,14 Expected Goals für uns, da muss man aber auch sagen, das ist glaube ich wirklich, das war mehr oder minder die Definition, von 1 zu 1 Spiel, ich glaube, zwei verschiedene Halbzeiten, in jeder Halbzeit hat der Verein, wo er besser war, sein Tor gemacht, keiner war wirklich noch nah dran, an einem zweiten, ich glaube, das ist wirklich die Definition, von einem 1 zu 1 Spiel, dann Stuttgart-Gladbach, 2-1 Sieg, brutal, brutal wichtig gewesen, das war so ein Sieg, so Kategorie, Bremen zu Hause, Kategorie Wolfsburg zu Hause, wo du sagst, ey, du musst, du musst, du musst, natürlich Bremen und Wolfsburg, auch schon mal, eine solideere Saison gespielt, als Gladbach, also da hat auch alle erwartet, oder ich glaube auch die meisten, von der Konkurrenz, aber das gewinnt der VfB, weil Gladbach einfach, eine komische Saison gespielt hat, Sieben zu 3, Chancenverhältnis für uns, 2,51 Expected Goals, zu 1,33, also völlig verdient, hier muss man auch, sofern es dann sagen, wenn ich es schon ein paar Mal anders gesagt habe, Koulibaly war ein Elfmeter, also da wird er, der wird nach oben gepusht, aber verdient, das bleibt so stehen, dann, Hertha, auf die Flop-Liste, auch wenn ich da, wie gesagt, ich war nicht in Berlin im Stadion, aber eben letzte Saison in Berlin im Stadion, haben wir 2-0 verloren, das war noch mehr Flop, und da war noch weniger Leistung, und ein bisschen mehr Glück machst du in Berlin noch das 2-2, aber eben, wie auch schon auf Schalke, von der, von der, von der Ausgangslage her, war klar, ey, verlieren ist hier absolut verboten, du darfst machen, was du willst, aber du darfst hier nicht verlieren, ne, und du hast es verloren, deswegen ist es ein absolutes Flop-Spiel in Berlin, Statistik, sagt 5 zu 6 Chancen für uns laut dem Kicker, sagt 0,78 Expected Goals für die Hertha, und 1,67 für uns, das spricht auch nochmal in das Band rein von mir, dass da durchaus vielleicht ein Punkt drin gewesen wäre, und auch nicht unverdient gewesen wäre, aber, ich gebe uns hier keine Bonuspunkte obendrauf, das ist verdient, dass wir da nichts geholt haben, weil Ausgangslage, Stimmungslage und alles, das lässt sich einfach nicht wegignorieren, ähm, Stuttgart-Leverkusen zu Hause, 1 zu 1, Gerasi mit seinem ganz frechen, äh, Panenka-Elfmeter, wir lesen hier 4 zu 3 Chancenverhältnis für uns, wir lesen 1,44 Expected Goals zu 1,77 für Leverkusen, und damit lesen wir für mich eigentlich auch, ja, wieder eine Art von Definition von 1 zu 1, ja, ja, es sind natürlich Spiele, die aktueller im Kopf sind als die ersten Spieltage, ist auch ganz klar, aber, klar, die Riesenchance, Wagnomanen können wir auch nicht wegignorieren, trotzdem, das ist, glaube ich, für mich vollkommen ordentlich, dass das Spiel 1,1 ausgegangen ist, von dem her passt das, und keine Änderung an der Punktzahl meinerseits, ähm, 4,1 in Mainz, wieder an einem Ergebnis angekommen, das vielleicht, ein, zwei Tore zu hoch war, aber wenn du am Ende 4,1 gewinnst, gibt es hier auch keinen Grund, Punkte abzuziehen, das hätte ich eh nicht vorgehabt, aber, äh, gibt keinen Grund dafür, die 1 von Führig ist auch ganz klar, Kicker sagt 6 zu 6, Chancenverhältnis, ähm, äh, Bundesliga sagt 1,53 zu erwartbaren Tore für Mainz, und 1,68 für uns, also sehr ausgeglichen, aber, ey, wie gesagt, 4,1, bei so einem hohen Ding, kannst du, glaube ich, nicht groß was noch verändern, ähm, und dann letzter Spieltag, Stuttgart gegen Hoffenheim, ein 1 zu 1 zu Hause, ähm, ähm, was nicht gereicht hat, was in der Relegation gepackt hat, Kicker sagt 6 zu 1, Chancenverhältnis, sagt 2,38 Expected Goals zu 0,59 für uns, also sagt tatsächlich einen klaren Sieg für uns, muss aber auch da sagen, wie gesagt, es geht viel nach Gefühl, ähm, und im Stadion, in der Kurve, kam das für mich nicht rüber, auch für meine Sitznachbarn, kam das nicht rüber, dass der VfB hier nochmal so ein Köln-Ding macht, und dann Thomas hat so eine 80. ausgeglichen, und das ist so, boah, jetzt, das wäre jetzt quasi die, die Legendo 2.0-Ecke und so, irgendwann in der Nachspielzeit, aber das Gefühl kam nicht rüber, dass wirklich das 2,1 noch fällt für den VfB, deswegen auch hier ziehe ich uns absolut keine Punkte ab, an der Stelle, und bevor ich zusammenrechne, machen wir uns nochmal noch kurz, ähm, in Sachen, äh, Top- und Flop-Liste, bei Top haben wir also jetzt das 2-2 bei den Bayern aus, also, ist, äh, mein Gefühl, und auch natürlich nach Stadionerlebnissen und sowas, 2-2 in München, das 2-1 gegen Augsburg Last Minute, 2-1 gegen Hertha Last Minute, 2-2 in Hoffenheim, wegen der Stimmung, ähm, ich streite an das Bochum-Spiel raus, so, äh, äh, 3-3 gegen BVB zu Hause, und dann haben wir, da haben wir glaube ich sogar, ja, jeweils 5, ja, jeweils 5, dann haben wir Flop, 1-1 gegen Schalke zu Hause, 2-0 gegen Bremen verloren, 2-1 auf Schalke verloren, 1-0 gegen Wolfsburg verloren, 2-1 in Berlin verloren, gehen wir hier kurz, äh, die, die spielen nochmal durch, Leipzig, Leipzig, passt, passt, ist auch kein Flop und Top, Frankfurt ist noch nah an einem Flop-Spiel zu Hause, aber, wenn ich das als Flop nehme, müsste ich auch Bochum als Top nehmen, also die, ja, äh, quasi, gehen wir da auf 0 dann quasi beide Spiele zusammen, wenn ich es so bewerten will, ähm, sonst, ja, glaub, hab ich das schon so bewertet, wie ich es bewerten würde, wie gesagt, keine Pokalspiele drin, Relegation auch nicht drin, ähm, sonst hab ich eigentlich keine wirklichen Flop-Spiele mehr mit drin, nee, nee, nehm ich glaube ich so, äh, aus dem Stehgreif mal mit, ähm, und, dann rechnen wir die Punkte oben drauf, wir rechnen die Punkte oben drauf, wir kommen hier auf 2, 3, 4, 5 Punkte mehr plus, und ich hab ein Spiel, wo ich uns 2 Punkte abgezogen hab, damit kommen wir, kommen wir in meiner Tabelle auf 3 Punkten mehr raus, tatsächlich, ähm, also, deutlicher Unterschied zu den 14 Punkten, die uns, äh, die Statistik quasi mehr geben würde, wie gesagt, ich hab hier auch oftmals, hat die Statistik auch mehr gegeben, als ich uns gegeben hätte, wie gesagt, das ist mein Gefühl, mein, vor allem auch Start- und Erlebnis-Gefühl und sowas, das heißt, wir würden bei 36, äh, Punkten rauslaufen in meiner Tabelle, natürlich ist immer die Frage, was würde der Rest machen, ne, hier ist nicht jeden anderen Konkurrenten da unten durch, ähm, nach den Kriterien, wie ich hier unseren Verein durchgegangen bin, ähm, aber damit wären wir, je nach Torverhältnis, aber wir wären punktgleich mit Bremen auf Platz 13, ähm, ein Punkt vor Bochum, zwei Punkte vor Augsburg, ähm, und eben nicht Relegation, natürlich stimmt, auch sogar punktgleich mit, äh, mit, mit, mit Hoffenheim, ne, auch ganz klare Geschichte, punktgleich mit Hoffenheim, und ich finde, drei Punkte spiegeln das eigentlich auch ganz gut, äh, ganz gut da, wahrscheinlich hätten es echt noch mehr Punkte sein können, Unterschied, weil, wie gesagt, 13 Punkte Unterschied statistisch, ähm, ähm, äh, äh, das ist halt wirklich das am Ende, was gefehlt hat, zeigt weiterhin, dass es auch keine, wir reden oft von Underperforming, und es war eine Unterperformer-Saison, äh, 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 aber zeigt auch, dass natürlich für mich zumindest, oder für mich als Fan, wie gesagt, gerne eure Meinung da unten in die Kommentare rein, was ihr zu den Spielen sagen würdet, und wie viele Punkte ihr rauskommen würdet, aber, das war schon verdient, da unten drin zu stecken, ne, ne, müssen wir auch nicht drüber reden, ähm, aber drei Punkte sind glaube ich genau das, das ist nämlich quasi einfach ein Sieg mehr, ein Sieg mehr, es hätte ja sogar einfach nur ein Punkt irgendwo mehr gereicht, äh, für diesen, äh, Platz 15, ähm, ein Sieg mehr irgendwo, ich glaube die drei Punkte beschreibt das ganz gut, ähm, klar, dann wäre es so zwei Punkte Unterschied gewesen, aber zum Beispiel auch im letzten Spiel gegen Hoffenheim, gewinn das halt einfach, ne, so ganz naiv gesagt, gewinn das halt einfach, und du bleibst drin, direkt, äh, ohne Relegation, klar, wie gesagt, da wären es zwei Punkte Unterschiede, weil wir haben einen Punkt geholt gegen Hoffenheim, aber ich glaube, das beschreibt es ganz gut die Saison, so, hätte es sich drin gehalten, wenn du halt irgendwo mal ein bisschen besser performt hättest, halt nicht, Thema Flop-Spiele gegen Schalke, zweimal nicht gewinnen, einmal unentschieden, schlecht zu Hause, und einmal verloren, schlecht auswärts, so Geschichten halt, äh, wenn du halt guckst, was du da als Flop-Spiele drauf hast, 1-1 gegen Schalke zu Hause, 0-2 gegen Bremen zu Hause, auf Schalke verloren, gegen Wolfsburg zu Hause verloren, äh, 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 Hertha zu Hause, äh, 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 auswärts verloren, natürlich, das sind halt auch alles mehr oder minder direkte Konkurrenten, jetzt mal Wolfsburg rausgenommen, Bremen beim Ende auch noch recht tief in der Scheiße drin, nach der Rückrunde, ähm, das sind alles halt direkte Duelle und so Geschichten, ne, klar, auf der anderen Seite auch Bochum und sowas geschlagen, und Gladbach zu Hause, so wichtige Dinge genommen, die Top-Spiele war auch, natürlich, Augsburg dabei, Hertha dabei, Last-Minute-Effekte dabei, aber eben auch ein Punkt gegen die Bayern, ein Punkt gegen Dortmund zu Hause, wenn du halt so, ich sag mal, Bonuspunkte in dem Sinn, einfach auch mal woanders holst, halt noch einen Punkt bei der Hertha holst, dann bleibst du drin, so jetzt mal ganz einfach und naiv gerechnet, hier aus meiner Rechnung raus, aber, ähm, 36 Punkte wären natürlich so oder so auch keine geile Saison gewesen, ne, und auch keine Platz-8-Saison, wie uns die, äh, Expected-Point-Statistik das hergibt, auf Platz 8, mit 47 Punkten, ähm, oder 46, nee, 47 waren es, glaube ich, das ist schon ein Unterschied, aber wir wären da mit drin geblieben, und über die Saison gesehen, wäre es, glaube ich, auch verdient gewesen, nach dem Ganzen, was wir da unterperformt haben, dass wir den Umweg-Relegation nicht hätten machen müssen, aber am Ende des Tages bist du eben auch selber schuld, was das angeht, ähm, und hast dann irgendwo auch verdient, da nochmal nachsitzen zu müssen, und es hat ja auch am Ende funktioniert zum Glück noch, und würde ich sagen, sind wir durch, äh, auch verhältnismäßig kurz, ne, das letzte hier mit fast anderthalb Stunden, jetzt sind wir hier bei knapp, äh, 35 Minuten oder sowas, 36, 37 Minuten, ähm, bin wir wieder die gesamte Saison durchgegangen, finde ich immer ganz nice, eigentlich nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, die Saison, wie gesagt, gucken wir mal, ich sag mal in Anführungszeichen eine richtige Saisonanalyse mache, wie gesagt, weitere Videos in der Pipeline, im VfB News, habe ich vergessen, natürlich auch die Saisonprognose, äh, die Reaktion darauf ist in der Pipeline, das Video so ein bisschen zu, ich sag mal, Stadion-Flock-Thematik ist in der Pipeline, die habe ich noch vergessen, der andere ist, habe ich in VfB News ja schon besprochen, und wie gesagt, lasst mir gerne eure Meinung zu allen Geschichten hier in den Kommentaren, rechnet mir gerne mal euren Stuff vor, rechnet mir, oder gebt mir eure Top-Spiele, Flop-Spiele mit, ähm, und dann schließt man so Stück für Stück die Saison ab, ähm, wobei dann eigentlich, gefällt mir nur noch eine Saisonanalyse fehlen, dann haben wir die abgeschlossen, und dann geht es ja auch gefühlt schon bald wieder weiter, weil die Transfer-News werden uns, äh, nicht in Ruhe lassen, wird ein langer Sommer, ich glaube, Vorbereitung beginnt dann irgendwann Anfang Juli, dann haben wir einen Pokal irgendwann gegen Anfang August, das wird wieder alles, glaube ich, trotz Sommerpause schneller vergehen, als wir, als wir es uns denken würden, ähm, eigentlich ist es eine Pipeline, wie gesagt, bevor ich mir hier komplett um den Kopf und Kragen rede, bleiben wir fürs Zuschauen, natürlich hier viel mehr fürs zu hören, und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF,